test 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 hört man mich etwa okay sehr gut ich habe mir meine kamera hier im auto aufgebaut ich musste es weiter runter tun und wie man sieht bin ich im allgäu wie man hier an den grünen orten hier sieht ich habe irgendwo geparkt und ich wollte dieses video nutzen um zu sagen dass sie bis montag erst mal ein checkout mache ich brauche ein bisschen zeit für mich bis ins fitness muss zum friseur und was weiß ich nicht alles darum bin ich dieses woche nicht auf youtube unterwegs aber umso härter sind wir nächste woche am start ja das heißt nächste woche fangen wir richtig an nächste woche geben wir gas nächste woche ist eskalation warum stell deine fragen und in die kommentare ich werde ein paar videos drehen als kleines geschenk als kleines geschenk zum zurückgeben stellen vor fragen in die kommentare dann werden wir nächste woche videos dazu drehen und bei meinem iphone ist die kamera hier habe ich gerade bemerkt darum muss jetzt da weiter reden und ich nutze die zeit ich gebe es zum friseur ich bin ein trainieren und alles alles was das männliche herz begehrt und stellt erfragen und in die kommentare wird sagen nächste woche geben sogar zwei videos am tag wenn es sein muss wenn ihr so viele fragen habt das alles kein problem schreiben eure fragen auf instagram per direct message die m und ich check aus bis nächsten montag also sonntag eigentlich montag fängt dann wieder an und ich würde sagen dann fangen wir das richtig an das habe ich jetzt aufwärmen easy jetzt geht es richtig los ich hoffe du fängst dann auch an ich hoffe du gibst dann auch richtig gas und noch eine kleine nebeninformation das war ein fell eine kleine nebeninformation der erste cell also der erste t shirt von einem t shirt mentor camp klienten ist eingang ich habe mich riesig gefreut und meine kamera hat fast den geist aufgegeben ich habe mich riesig gefreut super gute action gemacht ich glaube am sonntag eingestiegen montag dienstag shop aufgebaut nie chance gewählt werbeanzeigen und heute kam schon der erste ist 5 tage 5 days in the game als anfänger nächste woche gibt's update updates zum t shirt mentor camp ich habe das gleich auf youtube ich habe das noch gleich auf youtube angesprochen fällt mir auf aber ich würde sagen alles ruhig genießt ein wochenende und ab montag geht es richtig los peace out ich verabschiede mich an dieser stelle und geht zum friseur bei bei